Oh yeah, baby Jetzt kommt mal her, schau ich das so aufs Maul Jetzt erst mal diesen Drecksack da auslocken Geh nach Hause Bevor der wieder aufsteht, wisst ihr? Oh wow Ich brauche Kenny Äh, ja doch Kenny habe ich den Bock jetzt gerade, ich bin Butters Komm mal her Begleiter wechseln bitte Oh, kann ich jetzt gerade nicht? Komm ich fuck euch jetzt alle ab Begleiter wechseln, komm Butters Ich hoffe, die Kollegen nicht angreifen Aber ich muss euch schmerzen Alter, dieser Stein, gell? Wieso greift er nochmal an? Jetzt fertig mit angreifen Professor K Let's see how you like feeling with me Kamehame Kamehame Bäh Du denkst wir waren zu hart auf dem? Schöne Jungs Weiter geht's Das ist nicht vorbei Stan du kleinen Dresler komm her Cartman? Good work Douchebag Man the catapult And let our guys in the front door Everyone fall in Use your magic to open the front door That's it, hurry open the door Before they know what's happened Those elf kids never knew a hint Push forward, I must save my strength for the final battle Was soll ich machen? Hab nicht aufgepasst Stan war da wieder, oder? Angehend Ja, ja, ich hab nicht aufgepasst Was muss ich machen? Sorry, hab grad nicht gelesen Quests, 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 Quests Quests, Quests Begebt dich ins Klassenzimmer der 4. Klasse 8 Die Tür ist schon offen Dankeschön Für die, die hätte ich auch kommen müssen Oh, hier kleine Schweine Okay Let's see, you handle both of us Got him Du konterst? Du konterst? Wir checken erstmal deine Lage So Über den Hund ist nichts zu sagen Gut, über ihn auch nicht Du forst meine Hand, new kid Warte mal kurz Nichts, okay Immun gegen Betäubenschlaf, bla 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 Konter der Hund, bla 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 Okay, da steht aber auch nichts drin, das stimmt Fangen wir mal einfach so an Damit fangen wir einfach immer an Hab nichts gezogen Blutet aber sehr schön, er blutet Blutet aber sehr schön, er blutet Sie hat direkt so ein Rücken zu stehen Oh, ich fühle mich mit mir Oh, ich fühle mich mit mir Probleme bei Fisch zu machen So A A Halter Ficker Bitte raß du aus Sporky Oh nein, nein, nein Ah, jetzt ist er sauer Wenn ich kurz im Verrecken bin, kann ich dann nochmal kurz auf Kenny wechseln Ja Alter, Finger Ich mag dieses Spiel nicht mehr die Mühle die nur ist und das ähnlich der Problem die Kenin kennt nun meine Fresse das ist tot und er ist aber auch tot zwischen dein schwert muss bombe sein bruder level 7 blablabla was noch ändern will leute ist dieses verfickte ding hier da ist das fall sogar besser aber zu bluten tatfall ist besser man sieht es hier in dem ding das ist schlechter 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 ist das besser kommt das ich nicht erweitern können aber ich will jetzt nochmal wegfetzen okay mein neun schwert blut so macht man das jungs hier hinten so weiter weil er eine schöne schwert freunde nur wir den geholfen das ist es das ist das ist das ist Ich bin der Final Assault, Commander. Geh weg von der Desk, Jew-King. Der Stick ist nicht mit einem Fart, Rassist-Liher. Okay, Cal, du hast für's. Geh'ein, du gehst. New Kid, Cartman ist mit dir. Er ist ein Manipulator. Du bist nur weil der New Kid mich als Freund über dich, Cal. Du hast eine letzte Chance, New Kid. Geh'ein, du gehst. Geh'ein, du gehst. Geh'ein, du gehst, New Kid. Jetzt! Es ist nicht ich, du gehst. Es ist ihn. So pick a side. Kick his ass, douchebag. Fine, du bist sorry, New Kid. Geh'ein, du gehst. Du gehst. Schneider. Hhm. Alles, was Carp-Man mit beigebracht hat, sage ich jetzt. Ah, das ist doch geil, nochmal den Helm auf seine Gefresse zu schmeißen. Okay, Ike. Ich kicke die Baby. Oh, Ike, Alter. Ich kicke die Gott down, Baby. Hehehe. Hehehe. Yeaaahhhhhh. Scheiße. Das ist noch mal auf seinen Kopf gefallen, lustig. Död. Alter, was der alles hat der Junge, Mann. Ey, der Blut ist noch nicht so stark genug. Geht nur bis 3, oder was? Alter Ficker. Mein Gott. Untertitelung des ZDF für funk, Mann. Was hat das geschrieben? Check my locker. Whose desk is that? That's... That's Clyde's desk. Hm. Hm. Deak's, humans, and drow elves of Zoran. Clyde. He took the stick. While you've all been busy fighting amongst yourselves, I have built a kingdom beyond your comprehension. I prayed for a way to destroy you all, and the solution came crashing down from the heavens. Oh, no, it's more of that green stuff. With what I have found, I shall raise an army of the dead. Make the start! I shall raise an entire army of darkness and kill the earth! Clyde, but why? I banished him to be lost in space and time, and now he's all pissed off. So you see, fools, I control the stick and the future of the earth! Clyde, do you want a sandwich? Not now, Dad, I'm making a ruler of darkness video. Whoever controls the stick controls the universe, and my first deed is that I hereby denounce the human and the elf kingdoms and strip both kings of all their power! Ha 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 ha! Motherfucker! Motherfucker, I hate all the ass shit. Oh, hello, boys. Can we speak to Clyde, please? Oh, Clyde's out playing in the backyard with his little friends. Come and get it, losers! Ha 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 ha! You can't do that, Clyde! You're lost in time and space! No, I'm not. Yeah, you are, asshole! Army of darkness, defend the fortress! Craig! Craig! Craig, you're on my side! You don't have authority anymore. The keeper of the stick said so. This can't be happening. God damn it, I have fucking authority! Sorry, warriors and wizards. I'd love to invite you into my fortress of darkness, but I'm afraid you're too late. Too late? What do you mean we're too late? There you are, butters. Do you know what time it is, mister? It is way past your bedtime. Oh, shit, it's past our bedtime? Dude, I'm gonna get it! Ha ha ha! Ha 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 ha! Clyde, it's past your bedtime. Ha 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 ha! Level 9 freigeschaltet. Greif die Schule an, hab ich auch erfüllt. Geh zurück nach...